Krebsdiagnose, Ex-Queensberry-Star Gabby wäre fast gestorben Um Gabriela de Almeda Rinne, 35, ist es in den vergangenen Jahren etwas ruhiger geworden Seit Montag ist die einstige Popstars-Gewinnerin aber wieder im TV zu sehen Bei B, real, echte Promis, echtes Leben macht sie jetzt öffentlich, dass schwere Zeiten hinter ihr liegen Ich hatte einen Tumor, der immer größer geworden ist und zum Schluss war der so groß, dass ich fast von innen verblutet wäre Ich bin wirklich fast gestorben Gabby wunderte sich damals, warum sie so schwach war Über anderthalb Jahre lang dachte sie, dass sie an Endometriose leidet Später vermutete sie Long-Covid Ich habe selbst den Krankenwagen rufen müssen und habe gemerkt, dass mir echt schwindelig wird, erinnert sich die einstige Queensberry-Sängerin Sie dachte, sie würde sterben und teilte den Rettungskräften ihren genauen Aufenthaltsort mit Doch ihr konnte geholfen werden, zweimal wurde sie wegen des Tumors an der Gebärmutter operiert Kurz nach der Ob folgte für Gabby jedoch ein weiterer Schicksalsschlag, ihre Mutter starb an Diabetes Sie hatte schon länger mit der Krankheit zu kämpfen gehabt und sei immer dünner geworden Als Mama weg war, hatte ich Angst Ich habe mich auf einmal so verletzlich und angreifbar gefühlt Ich glaube, niemand wird mich jemand wieder so lieben, erzählt die 35-Jährige unter Tränen Ich habe mich almost zu jem und ich war damit sehr gut, ziehe starb an Das war mit der Krankheit, weil ich mich immer wieder so lieben, schiefst Ich habe mich über die Krankheit, dass ich mich nur wieder rauf